Nein, ich Amor bin. Finished Goods, Finished Goods. Hier haben wir noch Finished Goods. Hier haben wir noch Finished Goods. Und das war's eigentlich auch schon. Und das war's eigentlich auch schon. So, einfach Diplomatie. The world is the same as ever. Ich hätte gerne mal Iron Anvils. Danke. So, die unloaden ihre Goods. Das ist gut. Mein Vater ist gut. Wahrscheinlich hätte ich das nicht zubauen sollen. Und ich kann gerade nicht handeln. Achso, weil mein Dings beim Trinken ist. Mein Schieftain. Was für ein Käse. Das macht sich sicherlich auch hier bemerkbar. Ja, ja. Sehr viele leere Barrels. Wo ist der zum Hölle Trinken? Das muss ich den erstmal doch finden. Nee. Ach du meine Güte, haben die nichts besseres? Ganz ehrlich, ich habe hier eine Fishing Zone. Die werde ich auch zur Water Source machen. So, für den Fall, dass die nochmal Wasser brauchen, dass sie dort trinken können. Musik Jetzt hätte ich den aber auch gerne mal hier jetzt endlich. Wo ist er schon wieder? Ah, da kommt er ja endlich. Schläft er auch noch? Ach, ich sag euch. Schläft er auch noch? 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 Dann werfen wir jetzt erstmal großzügig was rein. Und ja stimmt, ich glaube die lilanen Sachen... In dem Fall Figuren waren suspended, deswegen... Also haben ein Embargo drauf, deswegen dürfen wir die ja nicht verkaufen. Ich glaube... Ich glaube... So, das reicht erst mal. Wenn wir all euer Holz nehmen. Ja, da ist es okay. Klopf und Leder brauchen wir gerade erst mal nicht. Euer gesamtes Fleisch nehmen wir auch gerne. Und euer gesamten Fisch. Unsere Vorräte sind nämlich gerade im Arsch. Pflänzchen nehmen wir auch alle. Immer noch guten Profit. Äh, lief's auch. Käse brauchen wir nicht unbedingt. Und das war's auch schon. Na komm, nehmen wir auch euer Käse. Wohin nehmen wir Klopf. Nehmen wir ein Klopfbier noch. So. Ja, die Steam-Version hat definitiv noch so ihre Macken. Wie sieht's hier aus? Mach nochmal 20 Walk-Blocks. So. Das wären... Ups. Ich mach's immer wieder. Das wäre auch ein Schalke-Block. Und das wäre auch ein Schalke-Block. Da. Das wäre auch ein Schalke-Block. So, damit wäre die Seite schon mal erledigt. A labor kitchen. Das wird nicht verbraut. Das wird nicht verbraut. Er verkocht. Trinken. Das kann alles verkocht werden, ja. So, dann müssen wir gucken, dass wir unser Trinken wieder höher kriegen. Aber mir fällt gerade auf, hier oben steht eigentlich nur das Essen und Adder sind dann unsere Meals, oder? Ja, so ungefähr. Oh. Oh. Das war's. Ach so, ich habe gerade Pause drin gehabt. So kann das ja natürlich nicht klappen. Was sagen die Work Orders? Es wird produziert. So, wir brauchen natürlich noch mehr Holz. Also fähren wir auch ein paar Bäume mal wieder. Auch wenn das die Elfen anpisst. Missions habe ich keinen. Civilizations. Äh, was habe ich Tossit Alut getan? Ja, das ist MySide. Goblins. Also mit denen bin ich im Peace. Ja, Tossit Alut bin ich. Ich kriege aber keine Karawanen mehr von denen. Ach, überall sind Krieger unterwegs. Ups. Hm. Hm. Okay, hier kann ich Missionen. Brauche ich aber nicht. Center on 4. Das wäre dann wohl mein 4. Ja. Ja, Zivilisationen. Hm. Ich weiß nicht, wer wer ist. Ich weiß nur, das sind wir. Wahrscheinlich sind das hier alles 11, hm? Ja, keine Ahnung. Okay, dann würde ich meine Ruralis weiter laufen. Okay, sowohl Essen als auch Trinkvorräte wachsen wieder. Ja, die können gerne gehen, im Augenblick brauchen wir nichts mehr. Keine Migranten diese Saison, das ist in Ordnung. Planprocessing können wir auch mal anschmeißen. Oh, wir machen gerade jede Menge Limestone-Blocks. Statt, dass wir Shark-Blocks machen. Oder haben wir jetzt schon wieder so viele? Nein, wir sind jetzt nur 24, okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier alles wieder erlaubt. Hm? Hm? So. Und warum macht der Rock-Blocks, hä? Okay. 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 Das ist jetzt nichts. Hä? Das sagt bloß Stone-Cutter, bedeutet auch Steine-Blöcke herstellen. Kann gut sein. Und ich sehe gerade, wir sind schon ordentlich am überziehen. Okay. Also machen wir hier mal wieder einen Cut. Das heißt, save and return to title. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. 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 Okay.